Willkommen zurück meine lieben Freunde zu TRIALS FUSION. Ihr hört wieder Mr. Beeper, Pader ist auch dabei, du fährst, ist auch dabei. Und heute hat Pader Lust drauf gehabt, drei schwere Strecken zu spielen. Wow, ich hasse ihn. Wer ist dieser Maschuh? Maschuh. Ich kenn den gar nicht, hat der so. Was? Ich bin auch direkt in den Maschuh. Wer macht denn so eine Scheiße hier? Das finde ich aber geil, das ist so. Nein, das ist nicht geil, das ist scheiße. Das ganze Spiel ist scheiße. Ich weiß ja gar nicht, warum ich das überhaupt noch spiele. Wurde unten lang, oder? Wurde geroasted. Ne, sieht nicht so aus. Wie willst du da hochkommen? Obwohl. Weiter. Ich bin oben lang. Ich bin oben lang. Bitte was? Das war's? Okay? Wie Pader wieder schummelt. Boah, ich bin gerade oben angekommen, Alter. Und was macht er? Er crasht dieser Wichser, Alter. Diese Missgeburt, ey. Wie Pader einfach wieder schummelt, Alter. Andi, was war nochmal dein Lieblingswort? War das Hurensohn? Scheiße! Soll ich das Wort Hurensohn in der Aufnahme nicht mehr sagen, oder was? Du bist doch ein Assi. Was denn? Ich hör doch nicht hoch! War das Assi oder Hurensohn? Ich weiß nicht. Scheiße! Fader, du darfst keine Strecken haben, du spielst alle Strecken erst mal vor. Ich hab den noch nie gespielt. Halt's Maul, wie du lügst! Der hat sich selber erstellt! Ja, ich wollte es gerade sagen, er macht irgendwelche Strecken, die er perfekt spielen kann. Sonst hat der Typ immer Probleme, weil ich schlussprengen kann. 397 Flux Kinetica, Alter. Alter, richtig gut. Flux Kompensator, Mann. Also für mich könnten die Strecken alle mit H anfangen und Uhrensohn aufhören, das würde auch fast... Ich habe nicht das Wort. Alter, hör auf! 2! Da kommt die Leute auf den Index und wird gesperrt und so. Bei YouTube ist Fluche nicht verworben. Ja, das wurde es auch noch nicht gesperrt, also. Alter, das ist ja mal mega. Außerdem kannst du doch mit diesem Wort werben, dann kannst du mal so sagen, hier, die Folge ist wirklich mal ein bisschen obström. Ey, du bist so ein bisschen an Transformers. Ja, Transformers? Was hast du denn genommen? Alter, was hast du denn? Kannst du bitte? Würde die Stadt einnehmen? Wollte es gerade sein. Da kannst du aber jeden zweiten Film nehmen, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, ich habe Transformers genommen. Hast du ein Problem damit? Ja, hab ich. Ja, merk ich. Warum hast du nicht so ein Schrottspiel, wie der Sieg? Ey, das passt wenigstens. Warum muss man da hoch? Ey, wieso spiele ich dieses Spiel eigentlich? Wieso besitze ich es überhaupt? Ich würde die Frage stellen, ob du sie jedes Mal, wenn wir aufnehmen? Ja, ich weiß. Ich muss mal bei Uplay gucken, ob man sich Spiele aus der Bibliothek entfernen lassen kann. Das ist mir zu schwer. Das musst du dann als Grund angeben. Ja, ich weiß auch nur nicht, ob ich mein Geld wiederkriege, ist das Problem. Ah, die Maps richtig geil gemacht, das muss man echt schon sagen, ja. Ja, die Maps sind ja auch alle optisch echt cool gemacht und alles, das muss ich auch sagen. Ne, nicht alle. Da spielt man einfach keinen Spaß. Mann! Das ist genauso wie so eine Frau, die hübsch anzusehen ist, aber überhaupt nichts in der Biennale. Aber alle oder was? Oh! Oh! Meinst du, gewisse Personen, die dir nachstehen, mit einbezogen? Ja, ja, ja. Weißt du, dass Pixel-Zuschauern nur 3% Frauen sind? Boah! Da freu ich mich dann nicht ganz so weit aus. Die Folge heißt, Vardar hast Frauen? Ja! Nein! Vardar das Chauvinistenschwein, das geht auch nicht. Das ist a man's world, ne? Das ist a man's world, ne? Das ist a man's world, ne? Das ist a man's world! Das ist a man's world! Ich warte mal, bevor ich ins Ziel rasche, ne? Alter, cool! Ist dir egal. Nice, Vardar, danke fürs Warten erstmal. Ich warte doch! Ja, sag ich doch! Oh shit! Alter, warte! Alter, ey, das nächste Mal kippen wir von der Folge, Alter! Jetzt auch nicht sein. Bist der Pieper kifft? Nein, überhaupt nicht. Ja, nicht jugendfrei, ich glaub die Folge... Ich hab nichts dagegen, wenn's andere machen, aber ich selber... Nein. Never ever. Never ever. Bist du wieder diskriminierend? Machst du mich warte extra, kommst du mal? Ich bin da, fast. Nachdem ich losfahren kann? Ja, ich glaub, jetzt kannst du reinfahren. Nein. Weeeee! Ich bin gecrashed! Ich bin gecrashed! Ich bin gecrashed! Ist das ernst? Ich darf nicht so viel Geschwung hier nehmen. Ja, genau, jetzt einfach losfahren. Alter, wie cool! Boom! Ey, ich fließe mal da in der Mitte durch, ey. Das ist doch nix. Was ist das für ne Scheiße hier? Du nimmst am Anfang zu viel Schwung. Nimm nicht so viel Schwung am Anfang. Ja. Ich hasse das Spiel. Hab ich das schon mal gesagt? Ne, ne? Glaube nicht. Ich hab das mal kurz erwähnt. Man kann ja mal so einen H-Counter einführen. Also ich würd... Ey, ich würd glaub ich echt mal... Über dieses Spiel würd ich sogar echt selber noch einen Angry Review machen, ne? Ohne Scheiße. Alter, das geht mir viel zu schnell. Ich würd aber nix positiv... Folge geht ja noch kurz. Ja, ich kann gleich noch ne Folge rein kloppen. Äh, äh... Noch ne... Noch ne Strecke mein ich. Alles klar. Fahler, Folgen noch und nöcher. Das ist für ihn kein Problem. Er macht seinen Trench-Druck auf. Jetzt machen wir erstmal das hier. Base of Operation. Alter. Base. Vielleicht dauert die ja jetzt 3 Stunden, weil da wieder ein Jump drinne ist. Der absolut nicht geht. Oh man, was ist denn los bei uns? Alter, cool. Was machen wir nur mit unserem Leben? Hast du Biohazards da hier, oder was? Was? Also das sieht auch aus wie Transformers. Wollte ich auch gerade sagen. Ah, fuck off, Mann. Ich hab den ersten Sprung. Nein, das sieht eher aus wie Day Shit, find ich. Alter, fuck off, Mann. Fuck off. Alter, wir alle genau vom Start rausgehen. Scheiße, ne? Hab ich irgendwie was nicht gerafft? Wo geht denn das hier weiter? Alter, das ist... Ey, das kann doch nicht sein. Wer macht denn so eine Scheiße? Ich hasse dieses Spiel. Boah. Das hast du noch gar nicht erwähnt, Pipohazard. Das hast du noch gar nicht erwähnt. Hab ich schon mal gesagt, dass du ein Spiel hast. Alter, dieser Hure soll jetzt fahren dann aber auch. Scheiße. Ich kann mich nicht konzentrieren. Alter, lässt du die Strecke aus der Community raus. Wir haben immerhin kreiert. Scheiße. Was ist das? Das ist das, ey. Alter. Weil, müssen wir da komplett hoch oder wie? Ich komm hoch. Ah, kein Problem. Kann man da nicht durch das Laken durchfahren? Durch die Laken sagst du? Alter, jedes Mal dieser Verkack... Alter, jedes Mal dieser Verkack... Pssst. Pssst. Mein guter Ruf. Klicks vor Klicks, Pader. Klicks vor Klicks. Klicks vor Klicks. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Abo für Abo und so. Du weißt. Ich werde dann auch irgendwie müßig bei dir vorbeigucken und kommentieren. Wieso bin ich denn jetzt gecrashed, Alter? Der stand da ganz normal. Scheiße. Ich komm hier nicht hoch. Ich hab den ersten Sprungstupper geschafft. War doch easy. Ich bin neu bei YouTube. Kannst du mir helfen? What? Ich find deine Videos geil. Du machst es richtig cool. Schau doch mal bei mir vorbei. Ich wollt's dann sagen, aber schau doch mal bei mir. Ich mach auch coole Videos. Die besten sind immer die bei uns schreiben. Du machst coole Videos. Ja. Wie aber auch. Und dann sind auch so 5 Leute mit dabei. Mhm. Ok. Alles klar. Wir sind ein Mutant. Hast du das sehr gut angeguckt? Wir sind ein Kollektiv. Ich bin ein schizophrenes Wesen. So was wie ein Old Rampage gibt es gar nicht. Das bin alles ich. Alter ich hab's geschafft. Alter ich krieg diesen Sprung. Der Sprung danach ist aber noch krass. Der Checkpoint ist dann natürlich wieder. Alter. Ja. Es war ehrlich. Wie soll ich denn sagen? So. Und dann. Da fällt das Schwung. Alter. 100 Versuche hast du schon. Was machst du denn die ganze Zeit? Ich hab keine Ahnung. Du hörst ja mehr als wir alle zusammen. Ja. Ich versuch's. Du doch nicht. Ich kenn mein Bestes. Stimmt. Hä. Leute. Du verkacktes Stück Scheiße. Alter. Bist du bei dem Gerüst? Bist du da drüber oder drunter? Ich weiß gar nicht was für Gerüst du meinst. Ey dieser Hurensohn. Das kann nicht wahr sein. Bei dem Gerüst? Alter ey. Ja jetzt häng ich da. Wie so ein Idiot. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Alter welches Gerüst du meinst gerade. Zum Erreichen. Alter. Ich verarsch dich nicht Mann. Doch du verarsch mich. Verarsch dich nicht. Verarsch mich nicht Junge. Verarsch mich nicht Junge. Das gib ich dir kein Like in deinem Video. Alter das gibts doch nicht. Kein Like von Liker. Alter ist was. Schau doch immer bei mir auf dem Channel vorbei. Wie hast du den Sprung geschafft ey. Ich weiß es nicht. Ey ich fühl mich. Ey das ist mir auch ne Scheiße. Ich fühl mich wie in so nem Scheiß fucking Testlabor. Wo man sowieso die ganze Zeit vor die Wand fährt. Wie so ein Crash Dummy. Um irgendwelche Ergebnisse auszuwerten. What? Ich bin doof. Ich mach die ganze Zeit die gleiche Scheiße. Weil ich ein dummer Huren machen bin. Ach come on ey. Das ist doch echt nicht probierend. Ich mach immer wieder die gleichen Fehler. Aber ich dumm bin. Du musst doch keine Strecke mehr hinten dran schalten. Ist doch. Ein Spiel für die ganze Familie. Eine kleine Fehlerstrecke. Hä? Alter das ist doch echt ey. Also wenn das schon nicht mehr Huren soll. Ist das die nächste Instanz. Hä? Alter wie hast du den Sprung geschafft hier. Das war eklig. Ich kenn dieser Sprung. Das sieht aus wie ne Wrestling Stage by the way. Da muss der Sprung. Hä? Wie hast du den Sprung geschafft? Also ihr müsst euch beeilen. Wenn er 500 mal verkackt hat. Ich steck hier sowieso vorbei. Ich hab keine Ahnung. Ich hab mega viel Schwung genommen. Und ich hab wieder diesen Trick angewandt. Dass man mit dem Vorderrad so stehen bleibt vorne. Und dann hat's irgendwie geklappt. Ey komm. Ey du kannst ja gar nicht tun. Weil er ist ja äh. Ja genau. Und auf dieses Ding hab ich meinen Vorderrad klang hingelegt. Ich seh schon. Ich darf demnächst mit einer Pixel-Laden-Aufnahmen mit dabei sein. Was hast du? Irgendwann lädt mich keiner mehr ein ey. Ich rage ja nur bei diesem Spiel eigentlich so ab. Bei Rocket ein bisschen. Aber hier richtig. Das Spiel ist aber auch ne Scheiße, Alter. Alter Scheiße. Ich muss jetzt mich beeilen, Mann. Der Hure. Ich hab gewartet bei diesem Scheiß. Ja genau. 1. 50 Versuche später. Ey ich werd da nicht rum, Anna. Kannst du Zeit lassen wie du willst. Also wenn ich irgendwann mal wieder YouTube-Videos mache. Dann sag ich glaub ich trotz englischen Channel sag ich auch so. Wieso machst du eigentlich nicht englische Videos? Weiß ich nicht. Also irgendwie hab ich. Ich hab letztens bei AstroTV angerufen. Die haben mir gesagt. Ich hab's geschafft. Also du bist so ein Muenkind ey. Ich hab mehr Versuche als Pokémon. Super. Ich weiß nicht mal. Mit Glück hab ich mein Vorderrad da drauf gelegt. Und dann hab ich den Schwung halt genutzt. Nein! Ey ganz ehrlich. Das ist doch so ein Spiel für... Alter, der erste Sprung doch oder wie? Ja ich doch auch. Ach Scheiße. Ey das Spiel ist... Ey ohne Scheiß. Ey come on. Das ist doch voll Idiot. Das ist doch voll Idiot. Wollen wir noch ne schwere machen oder? Ist das Wahnsinn? Nein! Das waren jetzt 10 Minuten knapp. Bist du das ich irgendwie meine Hardware komplett zerstöre oder was? Okay. Eines machen wir noch Freunde. Vater sucht eine Strecke aus. Desweilen... Deswegen hört ihr lustige Musik von... Desweilen unterhält euch Pipa mit einer lustigen Anekdote auf seinem Leben. Was denn? Was für ne Anekdote ist? Was OTHG4. Mein Leben ist langweilig. Da passiert nicht viel spannender. Das heißt onanieren... tun... Hat gut. Hat gut. Hat gut. Hurensohn. Hurensohn gut. Wenn da was mit... Ey Gesundheit. Wenn da was mit Haar steht immer Hurensohn. Der gerade rülpst in der Aufnahme. Das gibt's doch nicht. Tut mir leid. Diesen Behindertensprung und ich mach ihn direkt First Try oder was? Hä? Nein den Ersten meine ich. Ich hab den Ersten noch nicht geschafft. Der ich aber. Ah jetzt. Warte... Ah... Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Hi. Waschum ist das? Ne. Waschum ist vor mir. Ja. Und ich bin an zweiter Stelle. Ich bin... achso. Und du warst an dritter. Du bist dritte Stelle gerade. Ich bin schon am Ziel Jugo. Ja warte kurz. Ich bin... oh ich bin schon durch. Sorry. Brauchst du denn hier den Schuh? War aber jetzt aber echt nicht schwer. War das jetzt ein Schwere? Ja. Echt? Ja. Schau mal kurz. Die Killer Garnele. Die ist auch schon sehr weit vorne. Unser Ferb Meister. Und der Ferb Meister. Serb Ferb. Ey sag mal du blöder Hurensohn. Willst du mich flachsen oder was? Alter. Alter. Ich hab das Gefühl er war voll mit Absicht man. Ja glaub ich auch. Nein manche bisschen. Ey. So ein bisschen. Hast du mich mal erlebt wenn ich solche Spiele spiele wo man richtig ragen kann. Wie oft ich dieses Wort benutze. Ohne Aufnahme. Noch eine oder? Ey bist du das Wahnsinn zuhör auf. Nein. Du rapazierst meine Nerven über. Nein. Nein. Es geht hier um Schwanzvergleich. Schwanzvergleich. Zuschauer sagst du? Oh fuck. Ja ich will dass die Folge ein bisschen länger wird. Ich hab die Donkey genommen. Wirklich. Ja. Da bist du selber schuld. Ach come on ey. Jetzt kommt dir das Scheißding an ey. So. Das Ding ist echt ein Arsch. Ah. Ach die Fickstrecke ey. Ich bin kotzt. Da. So eine Strecke die halt wieder gut kennt. Du kotzt auch bei jeder Strecke viel. Also von daher. Ja ich weiß. Aber bei der auch ein bisschen. Bei der. Bei der. Bei der ist noch ein Gramm mehr weißt du. Ah. Da darf es auch ein Pfund. Da darf es auch mal ein Pfund mehr sein. Ey das kann nicht wahr sein. Jetzt. Oder wie. Das darf einfach nicht wahr sein. Das. Ah. Ach so. Jetzt konzentrieren wir uns ein bisschen. Wird sowieso nicht. Ah. Alle sind doch hier. Oder wie. Ah du dämliches. Nein. Ah nein. Diese scheiß Rampe da vorne ey. Wenn ich die schon sehe ne. Aber mir wachsen Haare auf die Zähne. Wieso. Wenn ich diese scheiß Wand da vorne sehe. Ach so. Ach jetzt weiß ich welche Strecke das ist. Alles klar. Das ist nur eine mittlere Strecke gell. Behindert die Strecke. Ja komm alter. Ich hab die Bombe nicht mal berührt. Ich auch nicht. Alter. Alter. Jetzt. Come on. Ich hab jetzt so geile Strecke. Hallo Akbar. Darf ich nicht so laut rufen. Der hört das draußen ein an. Ich hab den ersten Checkpoint geschafft. Oh da sind schon Lichter am Himmel. Ich glaub da kommt ein Helikopter. Wenn Fabi direkt schon den Checkpoint schafft. Ich hab den ersten Checkpoint mit der scheiß Donkey. Ja bitte. Da mein ich ja. Ehr mich. Ähre mich. Ich fühle mich jetzt echt entwerbend. Oh man ey. Wollte nur mal sagen die ist mittig. Ja. Endlich. Mega peinlich alter. Jetzt kommt noch eine krasse Stelle Pipa. Nein. Ja da bin ich auch gerade. Sag mal Pater die haben wir doch die ganze Zeit nicht geschafft ne. Ja. Haben wir die nicht abgebrochen die Strecke? Ne gell. Ne Ani hat's glaub ich geschafft hinterher oder. Ja ich glaub schon. Ani hast du das geschafft weißt du halt noch. Ich weiß es nicht mehr. Ich komm grad diesen Sprung nicht hoch. Ich häng auf hier Arni. Also. Also Arni. Mit meiner Donkey. Wenn. Wenn eine Passage in diesem gesamten. Nein. Verkackten Spiel das Wort Hurensohn verdient hat. Dann ist das wirklich. Einer ist aber nicht so. Nein ehrlich jetzt mal. Das ist wirklich eine scheiß Passage. Das muss man mal so. Ach man ey komm. Das muss man mal stehen lassen. Die Zuschauer die bringen mich gleich um man. Weil ich so. Inkompetent bin einfach. Das ist doch normal oder beim. Ne. Wollts grad sagen. Also auf eurem Channel sucht man noch Kompetenzvergebnisse. Au. N parallel. Oh. N Time break. Auf raus Ach komm Alter, ey, ich hatte doch jetzt schon keine Lust mehr. Wie war das noch bei 500 Fails? Ja komm, easy halt, die Schnauze. Hast du es ruhig geschafft? Ja. Ja, du willst mich doch verarschen. Wie war das noch bei 500 Fails, hört es auf? Schnell Fails drücken, oder wie? Das wäre jetzt auch mal nice, wenn das einer machen würde. Alter, du bist auch schon wieder bei 77. Alter, ich komme da nicht hoch, ey. Das kannst du vergessen, also die Strecke hier ist echt mein Kryptonizer ein bisschen. Nein, fick dich doch! Ach komm, ey. Fuck. War so knifflig. Fuck, Arnold, du hast Zeit ohne Ende, ey. Du wirst hier keine Konkurrenz kriegen. Ich wollte es gerade sagen, das wird ein bisschen... Dann, äh... Was mache ich? Also die Idee, wie es funktioniert, habe ich jetzt, die Umsetzung ist noch so ein bisschen... Nein. Rede mal nochmal, das gibt es ja gar nicht. Hast du anaufgenommen, Arnold, oder hast du es so gemacht? Ich habe es auch gemacht, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Alter, das hilft mir jetzt voll weiter, ey. Ne, kein Anlauf. Ach so hast du es gemacht, okay. Kein Anlauf, ich habe nach vorne gedrückt und kurz bevor ich losgesprungen bin, habe ich nach hinten nach vorne gedrückt. Alter, ich brauche... Ich brauche einen Schnaps, ey. Oh, ich glaube, ich weiß, wie es gemacht ist. Ich glaube, ich gehe gleich noch zur Tanke und um eine Flasche Jack Daniels zu kippen, den gar nicht insta-3. Alter, da ist es. Geht ja gar nicht, ey. Habs gemacht? Jetzt sagt der nächste easy. Ich habe es vor 5.000 Mal verkackt, aber es war total easy. Ich könnte eure beiden Köpfe nehmen und so zusammen, ne? Also, mit einer und seinem Tipp habe ich es geschafft, jetzt. Was war das für ein Tipp, du Pfeife, ey? Ja. Ich habe es jetzt so gemacht, wie es einer gemacht hat. Du musst das so machen. Du musst das so machen. Okay, alles klar. Best Tipp ever. Ich habe es doch deinem Tipp gemacht, also. Ja, ne, weil Pfeife gerade gesagt hat, er hat nur gesagt, mach es so. Okay. Ja. Ja, den Tipp finde ich super. Ich versuche den auch schon die ganze Zeit, aber ich bin so eines Meistertippes nicht würdig, deswegen. Okay. Oh, nice part. Das ist auch eine gute Idee. Leider hat es nicht geklappt. Ohne Scheiß, die Stelle ist wirklich... Okay, danke fürs Zuschauen. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ja. Goodbye, and we see you in the next video. Und tschüss dir. Edgequids. Ciao. Halt ja viel.